hallo und herzlich willkommen zurück zu lego star wars was müssen wir machen fünf kisten finden ok war da hier oben immer da lang war irgendwo so ein dorf ich glaube wenn ich mich ein und aus loggen also da hinten das ding ist doch schon eine kiste ja kommt hier bin euer bestes wieder der da oben sie okay eine kiste frage ich mich wenn ich mich aus und wieder einlog der kann weg kann weg wenn ich mich aus und wieder einlog ist dann immer da hinten da sind aber keine drohen wenn das ja mal testen indem ich mich auslogge war das sehe ich auf der karte hier war doch noch irgendwo so ein haus gebäude ding auf jeden fall irgendwo in der wiese in der wiese ja im grasland also schon mal in die richtung nicht dann müssen wir ich probiere das mal mit dem auslocken so testen wir mal ist nix okay da muss ich suchen in der nähe waren echt noch ein paar dinge mein mal da hinten war so ein riesen teil ist auch nur eine kiste drin ich brauche fünf jupi du peter jupi du peter wo war das noch hier hoch vielleicht sollte ich die dinge mal markieren mhm nö nö das war knapp da ist er doch schon will nur eure kiste und natürlich steht gleich wieder einer auf dem dach warum sie die spitzhacke nimmt keinen plan wenn keiner auf dem dach e das macy in ruhe wo was mir passiert du hast ja gar nichts drauf und ich kann ihr kein schwert geben ist nämlich das ding jetzt werde ich weggestoßen doch nicht der ist voll der ist leer dann weg er ist auch fast voll wo dann sammle ich ein paar el war so dass so das ding mal einen hohen punkt ich wollte hier ein fähnchen hin machen so das wäre böser gegner sind schwarz aber schwarz gibt nicht so ja die richtung ist ok weil ich look lockt den zu den rebellen hallo hallo los feuer hey hast das wieso bin ich das zeug hier nicht mitgenommen auf dem huhn so was ist denn da unten auf der insel ist da was das heißt sieht das nur so aus das könnte ein baumstumpf sein da oben ist noch mal ja da oben wir gucken uns das an hallo ich habe dich gesehen da wird schon wieder geballert sturmtruppen aber keine kiste in der nähe gebratener räucherlachs da wollte ich hin da wollte ich hin los renne er auf dein מצ es sind das ist sens 예 das ist nicht hammer ich ist dass das ist Das war's. Mach ich den oder mach ich den nicht? Hinten ist mein Gebäude. Warte, ich wollte hier noch ein Fähnchen hinsetzen, ne? Warte, ich wollte hier noch ein Fähnchen. Warte, ich wollte hier noch ein Fähnchen hinsetzen. Da unten aber. Ich muss mir gleich ein Bett bauen. Ein Panzer kann ich hier mal gut gebrauchen. Sag mal, sind die überall? Ach, Mist. Rebellen-Siedlung und keiner zu Hause. Ja. Ja. Hm. Nun gut. Na warte, ich hab... oder? Doch, doch, doch. 15 Stück. Reicht. Da oben drauf. Ja. Ja, ich weiß. Es ist dunkel. Warum, glaube ich, nur noch zwei? Oder waren es drei? auch Rebellen? Auch Rebellen? Auch Rebellen? Auch Rebellen? Ach man, diese blöden Rebellen haben keine Lootkisten. Moin. 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 So. Das ist was. Ne, andere Seite. Wo? Oh! 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 Imperial. Oh! Keine Kiste drin! Oh! 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 da hinten leuchtet noch was ich brauche jetzt ein bett brauche ich nicht hier ist ein bett bis zum morgen schlafen darf ich nur nicht kaputt gehen wenn ich schlafe krieg ich leben zurück das ja prima sonst hatte ich doch irgendwas gesehen hier unten in die richtung oder was da hinten frühstück so dill ich komme ja schon wieder wohl ja was ist passiert irgendwas hat gerumpelt jetzt sehe ich gar nicht will ich habe das echt bitter war ja klar war der ist kaputt an weg das den kann weg der war kaputt eigentlich nicht brauchen kaputte sachen will ich nicht toll gemacht so wieder sturmtruppen gegen den bärenkämpf die viecher hier neben auch überhand ja hüpfen bringt doch schon was so viele feile sagenhaft ich brauche noch eine kiste glaube ich es war nur ein komisch aussehender baum der sieht wirklich komisch aus hier ist wieder der riesen see das ist die höhle oder ist ja nichts drin und weiter war ich glaube ich noch gar nicht das nächste update kommt am siebzehnten am siebzehnten mann 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 die irgendwo die absturz stelle der muss weg mehr nicht so einfach bogenspanner da habe ich kurz nicht aufgepasst will ich kupfer abbauen der sagte mir ich will kupfer abbauen wo ist mein dorf noch mal was gespawnt oder waren das die rebellen das waren die rebellen im da war das was gespawnt ich glaube nicht nö ich hier noch auch fahren irgendwo muss nach hause und es ist das dahinten ver cleanse muss hierhin Ähm, wieso habe ich nur noch drei Herzen? Hä? Glocken kann ich auch nicht mehr? Was für eine Kacke. Ich bin dein Ernst, Moment. Hm. Dieses Spiel, ne? Da qualmt es, also ist da unser Zuhause, genau. Schauen wir mal, wie viel haben wir? Ich habe alle. Okay, jetzt fehlt es nur noch an Gemütlichkeit. Ich muss mal ein paar Sachen loswerden. Oh Mann, das ist schon wieder voll. Ähm, ich mache eine Kiste zum Spinnrad und da mache ich alles wahrscheinlich rennen. Was ich so brauche, so. Okay. Wir testen. Ausziehen, 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 anziehen, anziehen, anziehen. Okay, jetzt habe ich meine Herzen wieder. Aber das dürfte normalerweise doch nicht der Fall sein. Ja, wahrscheinlich, weil das Spiel denkt, es ist alles im Rucksack. So, Durstahl fehlt, ähm, den habe ich hier nicht drin. Ne, warte. Du kommst raus und du kommst da hin. So, eine Kiste. Mhm. Das wäre nochmal sechs. Nein. Nein. Hier, fünf habe ich. Und ich brauche dann noch, was brauche ich noch? Das ist ja auch Munition. Ah, Durstahl. Okay. Mach mir mal ein Brett. Oh, ich muss mich beeilen. Hier war Essen drin, ne? Sehr gut. Okay. Es ist schon wieder dunkel. Gib mir das Brett. Kommt hier hinten hin. So, da kommt alles hinein, was man zum Arbeiten braucht. So, Fröstelbeeren können raus. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Bis dahin gehabt euch gut und tschüss. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen aufräumen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen aufräumen. hit